Da kommt wirklich kein Pups raus, dementsprechend ist es auch kohlensäure mäßig gut drauf. Wollen wir uns mal was anmischen? Wir mischen uns mal was an. Kleinen Moment. Ich habe mich entschieden für einen schönen Holy-Weib-Meister. Und ich habe hier einen Matcha-Eistee. Liebste Eistee-Sorte von Colin. Was ganz cool ist, hier drin ist so eine Richterskala eingraviert, wie viele Milliliter drin sind. Ich würde jetzt auch Colin dazu tendieren. Zuerst das Pulver reinhauen. Und dann gießen wir das Wasser auf und bewegen den Shaker schon gleich ein bisschen, dass es sich gleich so in den Anfängen ein bisschen vermischt. Nehmen wir ein und ein bisschen für die 600 oder? Nee, wir machen 500. So, ich lege mal bei mir los. Obwohl das Energy-Pulver ja ganz gut zu handeln ist. Ja, dann. Okay, vorsichtig ein paar Eiswürfel reinschmeißen, bitteschön. Wie viel willst du? Okay. .